Hier präsentieren wir die 5 beste Reboa der Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kinderautositz Drehbar 0 bis 18 kg. Svetu Fox ist ein relativ unbekannter französischer Hersteller, der 2 Versionen im Segment Sicherheitssitz hat. Diese Reboa der mit 360 Level Funktion ist ein winziger, aber wunderbarer Hingucker. Es ist nicht nur ästhetisch ansprechend, es hat zusätzlich sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Komfort und Handling. Es wird nach den Sicherheitskriterien Eke R44-4 bewertet. Über Isofix montiert und stehend, garantiert die Basis einen sicheren Halt auf dem Rücksitz des Fahrzeugs. Der zugehörige Sitz ist mit der Basis verbunden, kann aber bequem um 360 Grad horizontal gedreht werden. Ein Knopfdruck startet die Verankerung und der Sitz bewegt sich. Dadurch ist es nicht nur weniger kompliziert, von rückwärts auf weiter zu schalten, sondern macht es zusätzlich viel komplizierter. Drehen Sie es einfach in Richtung der Autotour. So gut wie Sie Ihren Jugendlichen leicht darin platzieren können. Nummer 4. Jui Kindersitz Splint 360 Der Jureboa der Rotate 360 ist ein weithin bekannter Kindersitz aus dem Bereich der Designs, der über 360 Levels gedreht werden kann. Es gibt zahlreiche Videoclips im Internet in Bezug auf die Betreuung und Einrichtung. Der Gegenstand besteht aus einem Sockel und einem mit ihm verbundenen Sitzsystem, das nicht daraus entfernt werden kann. Wenn der Sitz im Auto unter Verwendung von Isofix aufgestellt wird, dreht er sich auf Drücken des Schalter-Schalters auf die gewünschte Einstellung. Das Gesamtgewicht von 12 Kilogramm ist im Vergleich zu anderen Kombis in Grenzen. Der Sockel selbst ist mit einem Ständer ausgestattet und auch wie eine Rampe angelegt. Es ist auf der Seite der Isofix Brackets viel größer als an der Vorderseite, was das Liegeergebnis beim Rückwärtsfahren erhöht. Sie können dies in 5 Platzierungen reduzieren. Sowohl der Ständer als auch die Isofix Zahnspangen geben ästhetisches Feedback, wenn jedes Kleinigkeiten passend montiert ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Britax Römer Reboa der Kindersitz 0 bis 4 Jahre Der britische Zulieferer Britax Römer schickt die First Class und auch unter seinen Reboa-Bern ins Rennen. Es kann auch von Geburt an genutzt werden und trägt Kinder bis zu einem Gewicht von 18 Kilogramm ca. 4 Jahre. Es kann als Reboa der Kindersitz so viel wie ein Gewicht von 13 Kilo verwendet werden. Es muss in den Anweisungen des Reißens platziert werden. Es ist in den klassischen Mitteln unter Verwendung der Kindergurte installiert. Nicht mit Isofix dies impliziert, dass dieses Modell auch in Autos ohne dieses System verwendet werden kann. Trotzdem ist die Einrichtung nicht so einfach. Wenn Sie den Sitz als Reboa der installieren möchten, müssen Sie zunächst einen Kippfuß ausklappen. Der Gurt des Autos muss dann verschiedene Gurtführungen entsprechend den Anweisungen ausgeführt werden, um den Kindersitz zu schützen. Nummer 2. Kübecks Goldkinder Autositz Sirona M2 E-Size Der Reboa der Kübecks Sirona M2 folgt bereits der brandneuen E-Size-Richtlinie für rückwärts gerichtetes Fahren bis zu 15 Monaten. Der deutsche Hersteller hat einen Team 0 Plus Autositz zur Verfügung, der von Geburt an genutzt werden kann. Für die wirklich Kleinen ist ein neugeborenes Einsatz enthalten, der nach Angaben des Herstellers nach etwa 3 Monaten nicht mehr benötigt wird. Die passende Basis ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Es erhöht sich extrem hoch auf einer Seite, die nicht nur den Kindersitz sichert, sondern zusätzlich zusätzliche Stabilität bietet. Mit 14 kg ist der gesamte Sitz jedoch zusätzlich ziemlich kräftig, wenn er von einem Lastwagen auf einen zusätzlichen umgestellt wird. Das Isofix System hingegen vereinfacht die Konvertierung. Die Basis ist zusätzlich und mit einem Ständer geschützt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Ritax Römer Reboa der Kindersitz 0 bis 4 Jahre. Die zugehörige Basis ist mit einer Isofix Halterung ausgestattet und stellt auch ein risikofreies sowie einfaches Add-on dar. Genauso können Sie sie schnell auf dem Rücksitz Ihres Autos reparieren. Ein besonderer Schwerpunkt das Isofix System lässt sich leicht nach oben bewegen, um die auf den Sitz wirkende Kraft im Falle eines Aufpralls abzulenken. Eine Halterung im Bereich der Rückenlehne wird relativ diskret gehalten, was dem älteren Kind zusätzliche Beinfreiheit im Reboa der garantiert. Der Sitz kann durch 360 Ebenen gedreht werden. Dies ermöglicht es Ihnen nicht nur, die Reiseanweisungen Ihres Jugendlichen vor einer Autofahrt flexibel zu transformieren, sondern macht auch das Springen an Bord unglaublich einfach. Dazu können Sie einfach den Steuerschalter auf der Basis drücken und den Sitz auch in Richtung der Autotour drehen. Mit 14 kg ist der Sitz nicht spezifisch leicht, zum Beispiel, wenn man ihn von einem Auto zum anderen platzieren möchte. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.